In meinem Keyboard geht's hoch her, drin hockt ein Maschinist. Ein Döffel ist so groß für er, verdrießt sich sein Gesicht. Auf den Tasten hin und her flitzt ein Herr Famos, sehr agil und ungefähr zwei Noten Schlüssel groß. Der Maschinist ist schlecht gelaunt und lässt den Rhythmen knallen. Der Herr von oben ruft der Moos, das will mir nicht gefallen. Ein Pianist wie ich braucht Ruhm, denn mein Gehör ist fein, sonst spiele ich wie eine Tiefkühltruhe. Und das wäre sehr gemein. Der Maschinist schlägt nun das Bett. Der Pianist stürzt schwer. Er landet zwischen A und E und zappelt wirklich sehr. Der klitzekleine Pianowann spielt hier auch nur, was er kann. Doch liebe Leute, seht es ein. Fürs Keyboard seid ihr viel zu klein. Ernst. Okay. Aaron.